Oh mein Gott, Freunde, im heutigen Video werde ich das erste Mal nach vier Jahren Fortnite spielen. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und auch zu meinem neuen Kanal. Ihr seht schon, ich habe einen neuen Kanal auf YouTube gemacht, der Team Lukas Kanal, Leute. Schon mal ganz, ganz wichtig, ihr müsst schon mal alle hier einen kostenlosen Abon auf dem Kanal dalassen und natürlich auch einen Like auf diesem Video. Denn auf diesem Kanal wird es jetzt jeden Tag ein neues Gaming-Video geben, beispielsweise Fortnite, Minecraft, GTA, 5 RPs geplant, Roblox und so weiter. Auf jeden Fall habe ich mich da auch ein bisschen an Kevin inspirieren lassen. Ich habe da echt auch richtig Bock drauf gehabt, Leute. Und wir starten heute mal rein mit dem ersten Video, Fortnite, Digga. Leute, es ist jetzt no joke, sodass ich das erste Mal seit vier Jahren jetzt wieder Fortnite geöffnet habe. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Game. Ich habe auch noch nicht den Battle Pass, ich habe gar nichts in diesem Spiel, Leute. Ich meine, guckt euch mal an, was ich hier habe, so. Digga, ich bin ein absoluter Fortnite-Loop, wirklich. Und ich dachte mir mal, ich will das aber auch so lassen, quasi. Und jetzt mal wirklich meinen ersten Eindruck von Fortnite, sozusagen, euch teilen, wie es jetzt das erste Mal nach vier Jahren ist. Ich habe es nur ganz am Anfang 2018, nämlich einmal gespielt für eine Woche ungefähr. Ich habe gar keinen Plan von dem Game. Also haben sich viele gewünscht, dass ich, ja, das Ganze mal ausprobiere. Digga, ich bin absolut lost hier, wirklich. Warte mal, Solo machen wir, denke ich mal, oder? Ja, Solo und spielen. Oh mein Gott, Digga, ich habe überhaupt keinen Plan von diesem Game. Und ja, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was würdet ihr euch für Videos wünschen. Ich habe auch schon geplant, dass ich natürlich mit Kevin mal zusammenzocken werde. Mit den guten alten Clash Games, dass er mir ein bisschen mal Fortnite erklärt, ne? Aber ich habe auch auf jeden Fall richtig viele geile Ideen. Und ihr könnt natürlich auch mal sagen, ob ich hier, wie viele V-Bugs ich hier mal aufladen soll, ne? Da bin ich ja auch immer am Start, wenn es zum Pay-to-Win geht. Und oh mein Gott, Digga. Okay, warte mal. Digga, ich bin ja maximal verloren. Okay, warte mal. Ich kenne noch nicht mal die Steuerung, Bruder. Ich kenne gefühlt noch nicht mal die Steuerung. Okay, okay. Oh mein Gott, Digga. Ich muss, glaube ich, auch noch mal ein paar Sachen einstellen hier. Okay, Freunde. Alter, es geht einfach mal los. Junge, ich bin, glaube ich, absolut lost, sage ich euch. Leertaste zum Springen. Junge, ich habe so keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Aber es wird schon hoffentlich irgendwie klappen. Warte mal, wann springen wir raus? Bruder, ich habe überhaupt keine Ahnung von der Map. Komm, wir machen einfach mal hier. Zack, okay. Und komm, dann fliegen wir mal. Ja. Fliegen wir mal hier in die Richtung. Okay, okay. Digga, Leute, ich sage euch ehrlich. Ich habe nur diese ganz OG-Maps ein bisschen im Kopf noch von damals. Also, jetzt eigentlich kaum, weil ich habe selbst damals eigentlich kaum Fortnite gespielt. Aber ich dachte mir, das wäre auf jeden Fall schon mal ganz witzig hier. Als erstes Video auf diesem Kanal. Oh mein Gott. Okay. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung von diesen ganzen Items. Ich weiß nicht mal, wie ich baue. Ist auf jeden Fall perfekt, Digga. Wahrscheinlich werde ich komplett zerfetzt hier auch direkt, oder? Ich hoffe mal. Also, ihr könnt ja schon mal raten. Oh, hier ist nochmal eine Waffe. Zack, warte mal. Oh, die muss man ja auch immer aufnehmen extra. Oh, 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 okay, okay. Oha, Bruder. Oha, Digga. Okay. Okay, okay. Äh, warte mal. Was mache ich denn jetzt am besten, Digga? Ich bin absolut... Ah, Digga. Oh, warte mal. Hier ist ein Gegner. Oh, Lul. Ich habe keine Ahnung, was die Waffen machen. Äh, Digga. Oha. Okay, der ist mega lost. Oha, okay. Der war mega lost, ey. Das haben wir aber schon gemerkt. Das ist wahrscheinlich ein Bot noch gewesen. Oh. Oh. Da war aber, glaube ich, jemand auch, ne? Okay, ich glaube, ich hoffe mal, die Waffe ist ganz gut, Leute. Digga, ich bin so überfordert, die Instan, wirklich hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wo? Ich weiß nicht. Ah, okay, warte mal. Das ist die Zone, okay. Okay, Leute, ihr merkt es schon, ne? Ich bin... Hä? Neuen Ort entdeckt? Okay, hier ist das neue... Ah! Huh! Bruder, was soll ich machen? Ah! 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 Bruder, geh doch weg von mir. Lass mich! Ah! Mann, ich habe keine Tränke oder so, glaube ich. Ich weiß nicht, wie... Digga... Ah! Okay, Leute. Ja, das war nicht so geil. Ich glaube, wir machen nochmal einen Try. So, Freunde. Nochmal ein neuer Versuch auf jeden Fall. Äh, ja. Ich sage mal nichts dazu, Leute. Also, ihr merkt schon, Geist ist kein Gloss. Aber, wie gesagt, ich hoffe mal, ich werde es in den nächsten Tagen ein bisschen besser lernen. Und, ne, dass es mir Kevin auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen beibringen wird. Äh, auf Ehre. So, jetzt muss ich mal schauen, wohin ich jetzt wieder fliege, um ehrlich zu sein. Digga, ich... Ich war eben maximal verwirrt. Ich hatte auch, glaube ich, irgendwie gefühlt gar nichts, äh, womit ich mich irgendwie healen konnte, oder? Also, ich glaube, in dieser Runde eben war das halt einfach ein bisschen unlucky auch. Okay. Oh, okay. Hier ist sehr viel los wahrscheinlich, wenn ich hier lande. Oh, ich hoffe mal, dass niemand hier Auge macht. Äh, so auf unehren Basis. Ah, okay. Hier ist direkt eine Waffe. Die nehmen wir uns mal mit. Okay. Oha. Hier haben wir zum Beispiel einen Trank. Ne? Den hatte ich zum Beispiel eben nicht. Hä? Was ist das denn? Was ist das? Hallo? Lass uns nach. Junge, ich hab keine Munition mehr. What the hell, man? Oh, mein Gott, Digga. Leute, ihr denkt euch so wahrscheinlich, wie lost ist dieser Junge gerade, aber... Oh, mein Gott, Digga. What? Okay, warte mal. Das müssen wir alles mal mitnehmen hier, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das schlau war. Warte mal. Und jetzt? So, ich will das nur einmal testen. Oh, was ist das? Hä? Ein... Schildtrank. Warte, wie trinke ich den? Ach so. Oh, mein Gott, ich bin so lost, Digga. Okay, dann vertiere ich mich ja, ne? Ah, nice. Okay, Digga. So ein bisschen habe ich das noch im Kopf, Leute. Ich sage auch ehrlich, ich habe nicht so viel... Okay, warte, wir gehen hier mal rein. Ich habe tatsächlich auch gar nicht so viel mit Fortnite zu tun gehabt die letzten Jahre. Eher mit Brawl Stars, ihr wisst es, ja? Oh! Hä? Oh, mein Gott. Die stehen hier ganz random rum. Die stehen hier ganz, ganz random herum. Okay. Okay, okay. Digga, ich mache wahrscheinlich, ich gefühle alles falsch, Leute. Aber ich glaube... Oh, was hat er gemacht, Digga? Junge, die lad... Lädt ihr mal nach? Lad doch mal nach! Äh. Digga, was soll ich machen? Ich bin... Ich bin... Oh, Digga. Oh, mein Gott. Hallo. Nee, Digga, ich bin absolut tot. Ich bin absolut tot. Was... Was macht der da die ganze Zeit? Hä? Digga, ich bin maximal los... Digga, ich peile gar nichts. Was hat er die ganze Zeit gemacht, man? Ich kenne ja diese ganzen Items nicht. Hä? Okay, perfekt, Leute. Das ist auf jeden Fall schon mal mein... Mein erster Eindruck von Fortnite schon mal. Sehr geil. Also, ja, ich werde mich verbessern, Leute. Keine Sorge. Auf jeden Fall trotzdem. Hoffentlich, es hat euch unterhalten, Leute. Es war no joke, okay? Ich wollte wirklich die erste Runde aufnehmen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mich gar nicht informiert. Das war die komplett erste Runde. Und die zweite Runde eben auch. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Lasst doch ein Like da. Abonniert natürlich unbedingt auch diesen Kanal. Jeden Tag wird es dir Videos geben. Wir sehen uns. Und damit. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020